moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch zeigen wie ihr einen kostenlosen emote bekommen könnt leute das ist sehr einfach und alles was ihr dafür tun müsst ist euch an einem bestimmten datum bei fortnite einzuloggen ich zeige euch mal den emote leute aber ich finde ich schon ganz cool dafür dass man den umsonst bekommt ist ja schon nice was ihr dafür tun muss leute steht hier alle spieler die am 29 juli in fortnite bei we the people dabei sind erhalten kostenlos das emote erlauben als besonderes geschenk dieses emote ist die spielumsetzung des tanzes welcher von michael eingerichtet wurde der den emote royal contest gewonnen hat michael und sein bruder jamie haben diesen unheimlich energiegeladenen tanz gemeinsam choreografiert lockt euch zwischen dem 28 7 2 uhr mitteleuropäische zeit und dem 30 7 2 uhr in fortnite ein um das emote kostenlos zu bekommen also leute ihr müsst euch einfach zwischen 28 7 und 30 7 einmal bei fortnite einloggen und dann bekommt ihr automatisch ja das war es dann auch schon falls euch das video gefallen hat schreibt es mir in die kommentare lasst ein like da und für all die die noch kein abo da gelassen haben können das an dieser stelle gerne ändern viel spaß und bis zum nächsten mal